Jo Leute, was geht ab? Ich bin beim Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem zweiten Kanal. Oh mein Gott, ich habe mich gerade bei meinem Intro versprochen. Egal, das versteht eh keiner, was ich da am Anfang sage. Leute, heute nochmal ein richtig besonderes Video, denn vielleicht hat schon einer gesehen, Leute. PewDiePie ist mir auf Twitter gefolgt, Alter. Leute, ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind. Wer es nicht mitbekommen hat, der liebe PewDiePie. Ja, sollte man kennen, der größte YouTuber der Welt. Unter anderem, ein echt guter Kumpel von mir. Hat ja so ein eigenes Game rausgebracht, und zwar Animal Super Squad. Und das ist mehr so ein kleines Minigame, was ich aber relativ feiere von der Grafik. Ich habe schon mal eine kleine Runde gezockt. PewDiePie hat mir auf Twitter einfach auch noch eine Nachricht geschrieben mit einem Steam Key, dass ich das schon vor Release hatte. Ich glaube, Release wurde es am 2. November, jetzt haben wir den dritten. Da war ich wieder echt pünktlich. Und ich dachte mir einfach, wir zocken das heute einfach mal zusammen. Wenn ich ja schon von PewDiePie höchstpersönlich ein Game geschickt bekomme, dann checken wir das auf jeden Fall mal ab. Ich bin mal gespannt, ob das geil ist. So, wir machen erstmal In-Game-Sound wieder an. Und Play Adventure, los geht's. Das ist, glaube ich, so eine Art Toiletten-Simulator. Und wir fahren mit so einem Huhn in der Toilette und müssen halt irgendwie durch so einen Parcours. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Okay, wir sind das Huhn. Man kann mit Leertas schon mal springen. Mit A nach hinten und mit D nach vorne. So, wir gehen erstmal hier rein. Ah, das sind so eine Art Checkpoints. Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal und springen einfach mal. Ja, moin. Was geht jetzt ab? Okay, wir gehen übers Laufband. So, das erste Level. Ich denke mal, der eine oder andere hat das jetzt schon bei anderen YouTubern gesehen, weil ich ja nicht der Schnellste war. Aber ich hab Bock drauf, deswegen zocken wir das jetzt einfach mal. So, direkt mal weiter. Was haben wir hier? Ah, korrekt. Da ist das Toiletten-Ding. Ich glaube, wenn wir da reingehen, dann haben wir unser Toiletten-Auto, oder? Zack, zack, zack. Nice. Okay. Unser Ziel ist jetzt, das nicht kaputt zu machen. Denn wir brauchen das natürlich noch, um noch was zu schaffen. Lol. Ah, okay. Mit A nach hinten, mit D nach vorne und mit W boostet man. Okay, nice. Wir müssen langsamer fahren. Ich hab echt keinen Bock, dass hier was kaputt geht. Ne, da komm ich nicht drauf. Nein. Okay, Checkpoint. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Tschüss, Leute. Was geht ab? Okay, wir fahren direkt weiter. Mal gucken. Ich glaube, hier ist der nächste Checkpoint. Den holen wir auch direkt noch mit. Wenn ihr auch mal Bock habt, das Game abzuchecken. Ich glaube, das gibt es nur auf Steam. Also nicht auf dem Handy oder so. Aber ich bin da jetzt nicht richtig informiert. Deswegen will ich jetzt nicht irgendeine Scheiße labern. Was war das denn jetzt? Hä? Ah, das ist die Boost-Anzeige. Okay, wir müssen da hochkommen. Bisher noch alles okay. Nächster Checkpoint. Nein. Oh, das hab ich voll krass. Nein. Leute, wir wollen Reifen. Was soll ich machen ohne Hinterreifen? Hä, was soll ich machen? Ah, warte mal. Mit R können wir nochmal zum Checkpoint. Ah, nice. Hier haben wir auch den Reifen. So, ich mach mal richtig langsam. Warte mal, Leute. Muss man da hoch? Okay, warte. Wir fahren mal da hoch. Wir fahren mal da hoch. Und let's go. Boost, Boost, Boost. Äh, ja. Alter, das klappt ja gut. Okay, vor der Reifen weg. Ist nicht so schlimm. Wir können ja noch hier die ganze Zeit ein Wheelie machen. Nein. Mein Toiletten-Ding ist weg. No, Leute. Lol. Ich glaub, ich kann die Reifen so nehmen, ne? Hä, wie nice. Das ist, glaub ich, eh viel schlauer. Leute, das ist ein richtiger Lifehack. Wenn ihr das mal zockt, macht das. Es ist viel einfacher, die Steuerung. Ah, okay. Das muss man kontrollieren. So, zack. Einfach drüber. Jungs, wie schnell man ist. Oh, ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein Sprengsatz. Okay, wir gehen mal hier drauf. Nein, du sollst rückwärts fahren. Nicht vor... Hallo, geh da drauf jetzt. Und jetzt. Ich wollte grad sagen, käme da nur Konfetti raus. Ich werde heulen. So, wir haben irgendeinen Piloten gefunden oder einen Sticker oder was auch immer sein soll. Nice. Oh, Leute, neues Toilettenhäuschen. Warte mal, ich will das gar nicht haben. Ja, wow. Super. Man fährt einen Millimeter und muss ohne weiter. Das macht nicht so viel Sinn. Okay, jetzt noch so einen Ventilator. Ich muss echt sagen, das Spiel läuft wirklich flüssig. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich finde auch die Grafik eigentlich voll geil für so ein Game. Okay, wir brauchen schon vier Minuten. Ich glaube, das ist das Ziel, oder? Boom, Leute. Erstes Level. Easy absolviert. Und wir haben vier Minuten zwölf gebraucht. Aber ich denke mal, das war noch so das Beginner-Level. Und wir machen jetzt einfach mal das zweite. Hier gibt es so eine ganze Map. Ich glaube, die muss man... Ach, man kann sogar gehen. Okay, nice. Selected. Okay, ich habe irgendwas geklickt. Anscheinend neue Runde, Leute. So, fahren wir mal los. Oder rollen wir mal los. Ich finde das voll geil. Man rollt halt einfach, statt zu gehen. Das passt halt zu mir, weil ich überge... Egal. Ich finde es halt echt geil, wenn YouTube ihre eigenen Spiele rausbringt. Ich würde das so gerne auch machen. Ich hatte das sogar mal geplant, zusammen mit iCrymax. Aber ihr glaubt mir gar nicht, wie kompliziert sowas ist. Das kriegt man nicht hin. Und man muss da echt verdammt viel Geld reinstecken, damit man so ein cooles Spiel wie das jetzt zum Beispiel kriegen kriegt. Mit den Grafiken, dass alles flüssig läuft. Das ist alles gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wir müssen hier einfach jetzt hochklettern. Das muss man nicht machen, du Pisser. So, wir machen einfach weiter. Ich finde das echt nice gemacht. Im Hintergrund, das sieht echt cool aus. Ich mache das jetzt erstmal so als kleinen Check. Hä? Lo... Ah, okay. Da sind wir schon. Alter. Die Leertaste macht mal so einen kleinen Powerboost. Boah. Oh mein Gott. Ja, wow. Wie soll ich das schaffen? Jetzt. Nein! Nein! Mein Auto darf nicht kaputt gehen. Okay, warte. Wir lassen uns nochmal. Na, dann fahren wir jetzt einfach ganz gechillt. Moin. Und Backflip. Double Backflip. Double Backflip. Oh, wir schaffen es ja, Moin. Okay, sag einfach mal hoch hier. Auch an der Stelle. Leute, das ist kein Placement oder so. Nein. 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 Ja, schaff es doch. Er schafft es nicht. Egal, wir gehen nochmal zum Checkpoint. Das müssen wir schaffen. Oh nee, oh no. Bitte nicht das eine jetzt nochmal neu machen. Egal, warte, schaffen wir jetzt beim ersten Mal. So, so. Und da bleibt stehen und wir fahren. Nee, 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 nee. Oh, lol. Na vorne. Ja. Hä, was war das für ein Wasser? War das ein Boost oder? What the fuck. Und da ist der Checkpoint endlich erreicht. Okay. Das Game ist doch nicht so einfach wie jetzt beim ersten Level. Das wird langsam echt komplizierter. Hä, sitzt da Fallschirm drauf? What the fuck. Leute, ist das ein Bug oder was? Ja, was soll ich hier machen? Erknebt man das mal. Absteigen und ich hole mir nur die Räder. Ja, boxe mir runter. Ich würde sagen. Wow, war das knapp. Schnell, schnell, schnell. Boah, das war auch knapp. Und da ist der Checkpoint. Komm, komm, komm. Nice, Leute. Den haben wir auch erreicht. Ich denke mal, ganz so lange sollte das Level auch nicht mehr dauern. Was macht der da? Fahr mal langsamer hier, Huhn, Alter. So, weiter und hier volle Kanne. Nicht in den Grill. Nicht in den Grill. Alter, ich war doch schon drüber. Ja, was soll ich jetzt machen? No, Leute. Ich backe fest. Nochmal neu. Oh, hä, lol. Wir kriegen das ganze Auto direkt. Ja, finde ich ganz gut. Kann man machen, ne? Ja, easy life mit dem Auto. Alter. Und bam. Da haben wir das zweite Level auch easy absolviert, Leute. In nur vier Minuten, lol. Wir waren schneller zum ersten Level. Leute, das Game macht auf jeden Fall echt Laune. Wenn ihr Bock habt auf mehr davon, lasst mal einen Daumen nach oben da. Man merkt schon hier auf dem Kanal, ich bring halt einfach das, worauf ich irgendwie gerade Bock habe. Deswegen auf das Game hat hier einfach mal Bock. Deswegen habe ich es mal hochgeladen. An der Stelle ein riesen, riesen Dankeschön an PewDiePie, der das Video wahrscheinlich eh niemals sehen wird. Obst du ein echt gutes Spiel? Vielen Dank für den Key. Und Leute, wenn ihr Bock habt, checkt das Game mal ab. Ich verlinke das mal. Ich vergesse es eh zu verlinken. Deswegen gebt einfach mal auf Steam ein. Animal Super Squad. Da findet ihr das Spiel. Macht echt Laune. Ich weiß nicht, inwiefern man auch weiterzocken kann. Aber ich denke mal, da sind noch einige Level vor uns. Mal schauen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Und Peace.